Und zu diesem Anlass vom Programm her, ihr wisst es schon, möchte ich Gerhard Weißhäupel begrüßen. Hallo Gerhard, schön, dass du da bist. Ich freue mich halt auch deshalb, weil ich deinen Namen schon länger kenne. Du bist ja schon länger im Bereich regenerative Landwirtschaft unterwegs in Österreich. Aus der Gegend zwischen, von mir aus gesehen, zwischen Passau und Linz an der Donau. Eine Gegend, die ich sozusagen als sehr fruchtbar für regenerative Verfahren in verschieden Formen erlebt habe. Ich bin vor gut 25 Jahren bei einem Kurs von der Familie Lübcke da gewesen, Kompostkurs. Ich habe die Familie Langehorst da besucht. Ich habe einzelne Kunden dort, die ich sozusagen in der Ecke hatte und war eben überrascht, wo ich dachte, ach ja, auch noch jemand in der Ecke. Und das freut mich. Mit deinem, genau, Familienbetrieb, landwirtschaftlichen Familienbetrieb wirst du wohl vorstellen und eben die Aktivitäten, die daraus gemacht hast. Das ist natürlich interessant, dass du dann sozusagen darüber hinaus eben halt auch die ersten Produkte zu entwickeln hast. Und ja, wenn du soweit bist, dann würde ich einfach sagen, du darfst dich gerne auch nochmal das vorstellen, was du für dich wichtig findest. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal einen guten, erfolgreichen Vortrag. Ja, danke. So, schönen Nachmittag an alle. Also ich würde dann eben meinen Bildschirm mit euch teilen. Und dann können wir auch schon starten. So, ihr habt jetzt das Vollbild. Gut. Ja, heute geht es um vielfältige Ansätze einer regenerativen Landwirtschaft. Vielfältige Ansätze ist ein sehr, sehr weiter Begriff. Und so werde ich es auch halten. Ich stelle einfach mal den Betrieb vor. Und dann werdet ihr sehen, wie vielfältig sowas wirklich sein kann. Aber ich sage gleich dazu, das ist nicht für alle Betriebe jetzt das Startsignal, so wie wir das jetzt machen. Da steht ja schon ein paar Jahre dahinter. Also ein bisschen Arbeit ist da schon dahinter. Und ich stelle euch einfach mal den Betrieb vor, um was es hier geht. Und ursprünglich war ich ganz normale Landwirtschaft. Haben wir gestern schon mal diskutiert. Die normale Landwirtschaft sollte eigentlich Bio sein oder Öko oder Regenerativ. Aber ich komme eben aus der konventionellen Landwirtschaft und habe eben 2003 auf Bio umgestellt. Mit dem Hintergedanken, dass wir irgendwann dann mal alles direkt vermarkten können. Aber ja, die ersten sechs, sieben Jahre gingen ganz gut. Dort haben wir eben nur die Spritzmittel weglassen. Alles andere haben wir beibehalten. Und dann kam so die Bruchlandung. Zwei Jahre hintereinander, keine Erträge mehr. Man schiebt es von der Technik übers Wetter und man schiebt es halt hin und her. In Wahrheit war es einfach, wir haben nicht auf den Boden geschaut, auf die Bodenleben, auf die Pflanzen allgemein. Also da haben wir sehr viel, ja, will nicht sagen falsch gemacht, sondern einfach nicht beachtet. Das war eben dann, wo wir dann in die regenerative Landwirtschaft eingestiegen sind. Und Gott sei Dank, das war so der letzte Strohhalm. Und das werde ich euch heute ein bisschen vorstellen. Also wir bewirtschaften den Bio-Betrieb. Mittlerweile ein reiner Direktvermarkterbetrieb. Mit meiner Frau, der Monika und die drei Jungs. Die sind jetzt 22 und 23 Jahre alt. Dominik und der Simon sind Zwillinge. Und der David, der kleinere. Und ja, die drei haben alle Mechaniker gelernt. Ob das jetzt Fluch oder Segen ist, schauen wir mal. Also momentan ist es mehr Segen. Klar, weil sie ja auch im Betrieb arbeiten und uns da sehr unterstützen in der Entwicklung von diversen Maschinen und so. Bewirtschaften, ja, 40 Hektar. In Wahrheit habe ich nur sieben Hektar, so rund um mein Haus. Und der Rest ist von zwei, drei Betrieben, von Nachbarsbetrieben zugebrachtet. Also wir fahren grundsätzlich im Umkreis von 500 Meter. Was wir alles machen, werdet ihr dann im Laufe dieses Vortrages noch mitkriegen. Also angefangen von der Agroforst über EM-Kompost, die Mulchsaat, Fräsaat, Direktsaat. Alles Mögliche. Der Direktvermarkterbetrieb ist so aufgebaut, dass wir maximal 1900 Legehennen haben. Dann haben wir eine eigene Teigwarenproduktion. Und dann eben die Vermarktung von Kartoffeln, Sonnenblumen, Öl, Presskuchen brauchen wir für die Hühner zum Füttern. Und mir ist sehr wichtig, dass wir das Saatgut eigen vermehren. Also bei uns ist dann eigentlich der Mais wieder rausgeflogen aus der Fruchtfolge, weil es da eben nur Hybridsorten gab. Ja, meinte ich. Aber ich habe dann auch schnell ein paar Linien-Sorten gefunden. Und mittlerweile haben wir den auch wieder ganz gut im Griff. Den vermehren wir uns immer wieder selber. Das ist eine violette Sorte und wird bei uns nicht nur zum Hühnerfutter gemischt, sondern auch in der Teigwarenproduktion, also als glutenfreie Teigwaren eingesetzt. Biomailer kennen manche, MC-Kompost kennen manche, Bokashi. Da werden wir teilweise auch ein bisschen streifen. Also da geht es um die Kompostierung, wie man das machen kann oder eben keine Kompostierung macht, sondern nur eine Silage. Das ist dann das Bokashi. Ja, was bei unserem Betrieb sonst noch passiert, ist eben Maschinenbau mittlerweile, Fräsen, eine eigene Entwicklung gemacht, Spritztank, Einspritzvorrichtungen, Kompost-Dähmaschinen, Rollstriegel, Einzelkorn-Sähmaschinen. In Wahrheit dreht sich alles jetzt mittlerweile wieder um die Technik, weil wir jetzt verstanden haben, wie der Boden funktioniert und die Technik muss dahingehend eben ausgerichtet werden. Humusaufbau für die Ökoregion Keindorf, ja eher für uns eigentlich, aber von der Ökoregion Keindorf, das ist so das Vorzeigemodell in Europa, da werden wir bezahlt fürs Humusaufbauen. Ob das gut oder schlecht ist, die Diskussion lassen wir jetzt mal dahin stehen. Ich weiß, dass ich meinen Humusaufbau, der ja auch Geld kostet, bezahlt bekommen habe und jetzt auf einem anderen Niveau arbeiten kann. Und somit halte ich das schon für sinnvoll, wenn das auf Betrieben eben gemacht wird. Ja, was sind die wichtigsten Bausteine in einer regenerativen Landwirtschaft? Ich habe da mal 15 Bausteine aufgelistet, die werden wir jetzt nach und nach durchackern. Also das sind nicht einfach irgendwo 15 Bausteine, die ich mir ausgedacht habe, sondern das sind tatsächlich Bausteine, die bei uns auf dem Betrieb angewendet werden. Also wenn ich von Flächenrotte rede, dann machen wir es. Wenn ich von Agroforst rede, dann machen wir es. Das sind nicht nur für diesen Vortrag jetzt aufbereitet, sondern das ist tatsächlich eine Betriebsreportage von uns. Und so fangen wir gleich bei Punkt 1 an und gehen dann durch bis Punkt 15, weil in dieser einen Stunde schauen wir, ob wir das alles durchbringen. Ja, Mulchsaat kann man jetzt verschieden interpretieren. Ich erkläre es mal so, die erste Überfahrt wird eben vorne dieser Bestand runtergemulcht und sofort eingefräst. Man nennt das auch Flächenrotte. In diesem Flächenrotte kommen natürlich viele Bakterien dazu. Ob es jetzt Fermente, EM oder wie man es auch nennt, ist egal. In Wahrheit geht es hier um den Prozess, den Boden zu beleben. Die Bakterien machen dann den Umsetzungsprozess in Richtung Humus oder stabilen Humus. Und die erste Überfahrt ist einfach nur zum Starten dieser Flächenrotte. Die zweite Überfahrt dort ist eben, wie ihr hier seht, ist ja schon das Saatbe so gut wie fertig. Aber es wird dann noch einmal mit der Fräse gefahren, aber dann auch zugleich die Sämaschine drangehängt, damit wir da keine zusätzliche Überfahrt brauchen und nicht noch mal Fahrspuren reinmachen. Da geht es jetzt in diese Geschichte mit dem Mulch. Also diese Mulchgeschichte werdet ihr heute noch öfter hören von mir. Und das wird natürlich nach der Saat relativ zeitig aufgetragen. Also wirklich zwischen ersten und dritten Tag wird der Mulch aufgebracht. Beim Getreide ist es oft nur 3-4 cm. Beim Kartoffel sind es dann oft auch 10-15 cm. Ihr seht hier, man sieht es ein bisschen, wenn man es weiß, dass da Triticale durchkommt. Also das liegt in der Regel schon mal 8 cm tief im Boden. Dann muss es noch durch 3-4 cm Mulchschicht durch. Und es ist keinen Tag später an der Oberfläche als herkömmliches Getreide, herkömmlich gesätes Getreide. Hier sieht man es, da habe ich es ein bisschen ausgebuddelt. Also unten ist die normale Erde, dann kommt noch die Mulchschicht und dort wird dann das Getreide erst das Licht erblicken. Also das hat dann schon oft einen, ja manche nennen es Halmheber, der dann meinetwegen auch 10 cm lang ist. Aber der macht nichts, weil ja dieses Saatbeet nicht angedrückt ist. Das ist immer schön locker und da verbraucht es auch nicht ganz so viel Energie als bei anderen Systemen. Also so sieht es dann eben nach 14 Tagen aus. Das war ein Foto vom Anfang November, glaube ich. Ja, das ist halt jetzt mit der Mulchvariante. Das ist einmal ein System, dann kommen wir eher dann zum nächsten System, das wir auf dem Betrieb auch machen. Das ist dann die Direktsaat. Ob man es so klassisch macht, jetzt vorne walzen und hinten die Saat einschlitzen oder ob man dann einfach in den Bestand reinfährt mit der Direktsaatmaschine. Direktsaatmaschine. Das ist egal. Also Direktsaat hat eben ein paar Eckpunkte, an die man sich halten soll und muss. Sonst funktioniert es nicht. Aber technisch, so wie die Maschine ausgestattet ist, ist es völlig egal, ob da sauberer Boden ist oder ob der in den Bestand reinfährt. Also die Maschine kann das Saat überall abwägen. Und da möchte ich jetzt einfach ein paar Unterschiede aufzeigen, damit man mal klarstellt, wann muss rückverfestigt werden und wann nicht. Die Direktsaat funktioniert ja grundsätzlich zwischen zwei und vier Zentimeter. Der Boden wird aufgeschlitzt, das Saatgut wird reingelegt und ja, wird wieder zugedrückt. Beim Pflug, der arbeitet einfach etwas tiefer. Für den Pflug braucht es dann auch die Kreiselecke hinterher, die dann einen fetten Packer drauf hat, damit es wieder rückverfestigt werden kann, damit ich überhaupt garantieren kann, dass sich das Saatgut zwischen zwei und vier Zentimeter sauber ablegen kann, weil es einfach Bodenschluss braucht. Beim Grupper ist es ähnlich als beim Pflug. Es muss wieder rückverfestigt werden. Viele sagen, wir sind fluglos, weil sie mit dem Grupper fahren, aber die meisten Gruppen ja dann doch wieder in Richtung 15, 20 Zentimeter Tiefe. Also muss ich wieder rückverfestigen. Dann gibt es noch den Exaktgrupper, also der wirklich dann nur auf vier bis sechs Zentimeter fährt. Dort kann man dann reden vom Fluglos. Da legen wir das ganze Getreide oder das Saatkorn auch auf den festen Horizont und alles, was oberhalb aufgewühlt, aufgegruppert ist, das ist ähnlich wie bei der Fräse, das liegt dann locker. Und darum können wir in diese lockere Schicht oder dürfen wir auch in diese lockere Schicht das Saatkorn nicht reinlegen, weil dort hat es keinen Bodenschluss. Also müssen wir runter mit dem Getreidekorn bis zum festen Horizont. Und das ist quasi die Grupperlinie oder die Fräslinie unten drinnen. Und das ist völlig egal, ob das auf sechs Zentimeter ist oder auf acht. Es kommt einfach darauf an, wie uneben ist der Boden. Wenn der Boden sehr uneben ist, dann kann es halt sein, wenn da auch Spuren drin sind, dass man auch mal auf acht Zentimeter Tiefe arbeiten muss, damit wirklich alles geschnitten ist. Und dann liegt das Saatgut auch auf acht Zentimeter und das ist auch völlig in Ordnung, wenn oberhalb das nicht angewalzt, angedrückt ist. So mal die Gegenüberstellungen von den Saatgutablagen. So, jetzt kommen wir zu einem Thema, das wahrscheinlich die meisten schon kennen. Also hier stelle ich mal den Bodenverjünger vor. Das ist ein Ferment, das jetzt hauptsächlich kreiert wurde von den Chiemgauern zum Einspritzen. Einspritzen bei Tiefenlockerer, also wirklich in den Boden rein und manche nehmen es auch zur Flächenrotte. Wichtig dabei ist einfach, dass man das Ganze jetzt hier stets auch, das ist ein Starterset zum selber ansetzen. Das ist der Punkt. Also grundsätzlich gehören alle Bakterien immer auf dem Betrieb vermehrt angesetzt und das ist auch später dann beim Kompost-D ähnlich. Also das ist ein Punkt, den darf man nicht übersehen. Man kann sie auch kurzzeitig mal zukaufen, wenn man nicht die Zeit hat dafür, aber auf Dauer gesehen muss man das selber ansetzen. Da geht es auch um Sachen wie Unkräuter und Hauptfrüchte, die werden nämlich dann auch mit drinnen fermentiert in diesen effektiven Mikroorganismen, damit man den betriebsspezifischen Aspekt auch dabei hat. Ja, da sind wir schon bei der Flächenrotte. Manche machen es ganz klassisch. Ich nenne es mal Mostfass, was da vorne oben ist. Ein Spritzgestänge, das verteilt dann einfach vorne die Bakterien und vier, fünf Meter hinterhalb kommt dann die Fräse oder der Krupper und das Material wird dann mit den Bakterien abgemischt und eingearbeitet. Ja, so wird das eingearbeitet. Im schönsten Fall sieht man hier eine sehr vielfältige Mischung. Tiefwurzler, Flachwurzler, Gräser, alles drin. So sollte im schönsten Fall eine Zwischenfrucht aussehen. Und dann wird halt manchmal der Fehler gemacht, dass das eingepflügt wird. Aber das wissen hier in dieser Szene, glaube ich, die meisten, dass das nicht so sein soll. Ihr seht hier die erste Frästiefe. Da gehen wir direkt auf ein paar Zentimeter los, damit mal das Grün, die Pflanzensäfte und ein bisschen was von den Wurzeln mit eingearbeitet wird. Aber die Wurzeln, die da drunter sind, die sollen drinbleiben. Das sind auch die, die dann in den nächsten paar Tagen dann absterben und den Boden nach unten offen werden lassen. Der Boden ist grundsätzlich, wenn er sehr durchwurzelt ist, durch das Verdrängen im Erdboden, ist er in der Regel hart. Fährst du oben mit der Fräse drüber oder mit dem Exaktgrupper, dann passiert Folgendes, dass du dann in zwei Wochen plötzlich wieder lockeren Boden hast. Du hast aber nicht in den Boden eingegriffen. Also tatsächlich hast du nicht mal gelockert, gar nichts. Das ist dann der Effekt, wo dann eben nur durch das Absterben der Wurzeln eben dieser Effekt entsteht, dass der Boden wieder nach unten offen ist. Die zweite Fräsung, wie gesagt, hier sieht man die erste Fräsung. Hier die zweite Fräsung ist einfach um einen Tick tiefer, damit alle Fahrspuren draußen sind. Und dort wird auch zugleich das Saatgut dann mit eingelegt. Zwischen der ersten Fräsung und der zweiten soll je nach Bestandsgröße, aber das hängt ein bisschen vom Bestand ab, also das kann sein, dass das nach fünf Tagen durch ist und es kann sein, dass das drei, vier Wochen dauert. Und aus diesem Grund haben wir auch bei der ersten Überfahrt immer den Mulcher dran, der eben das oberirdische Material mal klein macht, damit der Flächenrotte-Prozess schneller durch ist. Weil aus der Erfahrung wissen wir, im Frühling hat keiner Zeit, vier Wochen auf die Flächenrotte zu warten. Also macht man die erste Überfahrt dann schon mit dem Mulcher. Hier sieht man eben wieder mal die zweite Überfahrt, wo dann die Sämaschine gleich mit dabei ist. Hier sieht man, er fährt um einen Tick tiefer vielleicht als bei der ersten Überfahrt. Und hier wird die Fräse nochmal abgestützt mit den Stützrädern, aber da dazwischen drin, zwischen der Fräse und der Sämaschine ist keine Walze. Und das ist der Punkt in diesem System. Würde ich da eine Walze reingeben, läuft es ähnlich wie bei der Kreiselecke und dann wird das Material hier angedrückt, hier zwischendrin, und hier sieht man ja sehr viele Pflanzenreste noch. Und wenn dann in den nächsten ein, zwei Tagen ein Niederschlag kommt, dann wird in diesem Moment, wo du da angedrückt hast, sehr viel Fäulnis entsteht. Und das wollen wir vermeiden. Darum hier nur auffräsen und hinten die, wie soll ich es nennen, die Scheiben, wo die Saatgutablage ist, da sind alle Tiefenbegrenzer runtergenommen worden und die Scheiben laufen bis an den Horizont rein, wo eben der Fräshorizont ist. Und dort wird das Saatgut abgelegt. Ja, warum sollte man das so in diesen obersten Zentimeter machen? Genau dieser Effekt. Ihr seht hier einen Pflok, der ist meinetwegen 20 Zentimeter drinnen gewesen in der Erde. Ja, weil sich da zwischen Erde und oberirdischen, also wir nennen das immer zwischen Himmel und Hölle, dort spielt sich das Leben ab. Und das sind tatsächlich nur diese 4, 5, 6 Zentimeter. Alles, was tiefer reingeht, dort geht nichts mehr mit Bakterien oder Sonstigem. Dort haben wir eigentlich nichts verloren. Das wirkliche Leben spielt sich hier ab und da müssen wir auch arbeiten. Also Materialien, die jetzt eingearbeitet werden, wirklich nur in den obersten Zentimetern. Und wenn wir dann schon in die Tiefe eingreifen, dann eben mit Tiefenlockerer, die keine Bewegung machen. Bewegung schon, aber keine wendende Bearbeitung machen. Das war immer so das Wichtigste für uns, dass wir den Boden nicht immer verdrehen oder umdrehen oder durchmischen. Und das passiert mit dem Grupper genauso als mit dem Flug. Und da sind wir dann eben wieder zu den Tiefenlockerern gekommen. Tiefenlockerer ist eine gute Sache. Also wir fahren teilweise 25 Zentimeter mit dem Tiefenlockerer. Ich kenne Kollegen, die fahren tiefer mit dem Grupper, tiefer mit dem Flug als wir mit dem Tiefenlockerer. Also es ist einfach ein Lockerungswerkzeug für die obersten 30 Zentimeter. Tiefer, glaube ich, haben wir nichts verloren, auch mit dem Lockerer nicht. Aber wenn wir da mechanisch ein bisschen unterstützen in der Lockerung, dann muss zwingend auch Ferment eingesprüht werden. Und das seht ihr hier. Hier gehen dann die Schläuche rein. Bis hierher ist alles Schlauch. Und von da weg gehen dann Hydraulikleitungen rein bis in den Unterboden. Und dort sitzt dann eine Düse, die verteilt dann das Ferment im Unterboden. Das ist die tiefste Bearbeitung, die es bei uns eben gibt, aber eben keine wendende. Sieht dann im Klee oder im Kleegras dann so aus. Hier sieht man es, wie der hochhebt, wie er aufreißt und hinterher muss wieder angewalzt werden. Also die Schlitze, die müssen definitiv rückverfestigt werden. Die dürfen nicht offen bleiben. So, das war das zum Lockern. Jetzt kommen wir schon in unsere Düngemaßnahmen. Wenn wir denn düngen, dann eben mit Bokashi. Bokashi sieht dann so aus bei der Ausbringung. Also ihr seht hier, das sind, ja, hier sieht es aus, als wäre es Stroh, Zwischenfrüchte, Gras. Hat alles ein bisschen eine andere Farbe. Aber ganz, wenn das alles sauber verdichtet wird und hinterher dann fertig ist, dann kommt oben so, ja, zwischen 10 und 30 Zentimeter fertig Kompost oben drüber und dort wird dann nochmal richtig eingeschleimt mit Wasser und wird nochmal zusammen verdichtet. Und diese Schicht macht dann das sehr, es wird fast eine Kruste obendrauf. Und hier sieht man es auch, oben ist der Kompost und unterhalb ist diese Silage, nennen wir es, Bokashi. Und beim Ausbringen, man sieht hier die Anschnittsfläche, also das ist ganz einfach dann, es wird einfach rausgezwickt und wird auf den Streuer dann aufgeschmissen und aufgebracht. Wir haben angefangen mit der Ausbringung in wachsende Bestände. Da war der Nachteil, dass das Material immer ein bisschen auf, ja, 10 bis 15 Zentimeter, je nachdem wie hoch der Bestand war, gelegen ist. Und da haben wir vermutet, dass das sehr viele Verluste waren. Dann haben wir die Ausbringung in die Zwischenfrüchte gemacht und haben die Zwischenfrüchte dann zugleich mit dem Bokashi nach unten gemulcht, damit es wieder sehr bodennah liegt. Dann war es auch verfügbar fürs Bodenleben. Dort haben wir uns ein bisschen mehr versprochen und mittlerweile ist es so, dass die meisten Ausbringungen bei uns direkt vor die Flächenrotte ausgebracht werden und dann am selben oder spätestens am nächsten Tag dann mit der Flächenrotte eingearbeitet werden. Teilweise gibt es dann auch diese Variante Mulchschicht bei Kartoffeln oder auch auf Getreide, wie wir es zuerst gesehen haben. Aber da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Also es sind schon sehr viele saure Bakterien dabei. Also da muss man ein bisschen abmischen mit frischem Material. Also nicht einfach wild drauf los und 10 cm Bokashi aufs Feld ausbringen. Da wissen wir auch, dass wir riesige Verluste haben. Und im schlimmsten Fall kommt ein Regen und wäscht dir dann die Säure direkt zum Getreidekeimling runter und du hast wahrscheinlich eine Keimhemmung drin. Also da noch ein bisschen aufpassen mit diesen Materialien. Hier sieht man eben, wie wir das aufsetzen. Das wird einfach aufgefahren und ein Traktor fährt halt immer und verdichtet das Ganze. Hier sehen wir noch etwas Schwarzes. Also das ist, glaube ich, Leonardit, was wir da reingestreut haben. Manchmal nehmen wir Kohle, manchmal nehmen wir Zeolit. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es hilft einfach den Bakterien ein bisschen, das Ganze besser zu speichern, sagen wir so. Hier die Ausbringung, also hier seht ihr, da legen wir einen dünnen Teppich über das Getreide drüber. Also da muss man wirklich sehr aufpassen. Also da sind 20 Tonnen pro Hektar schon eher die oberste Grenze, dann eher nur wie mit dem Zuckerstreuer drüber. Also öfter bringt sicher mehr, aber nicht auf einmal die ganze Menge. Das ist nicht der richtige Weg. So, jetzt kommen wir in die Agroforst. Hier halte ich mich ja gar nicht lange auf. Da gibt es heute noch andere Referenten, die euch da noch mehr erzählen. Ich will nur kurz ein bisschen zeigen, was hier bei uns die Agroforst ein bisschen ausgelöst hat. Wir haben ja immer sehr viel geredet von diesem Kleinklima. Und ja, wir haben die ersten fünf Jahre wirklich nur davon geredet. Wir haben es gar nicht gekannt. Wir haben es erst hinterher dann, im sechsten, siebten Jahr ging es erst richtig los, wo dann auch die Erträge stabil wurden, mehr wurden und vor allem gesünder. Also die Getreide sind auf jeden Fall gesünder gewachsen. Und wir haben halt bei den Agroforststreifen kurzum Trittsflächen. Und die werden in der Regel zwischen sechs, sieben, acht Jahre, werden die alle wieder völlig zurückgeschnitten. Und dann können sie wieder antreiben. Da gibt es andere Systeme, die machen das eben mit Wertholz, mit anderen Sträuchern, je nachdem, was halt gebraucht wird auf dem Betrieb. Ja, die Agroforst wird bei uns ein bis zweimal zurückgeschnitten, weil sie dann ja doch sich links und rechts sehr stark ausbreiten. Aber dann werden sie eben wieder an der untersten Front abgeschnitten. Was wir halt gesehen haben, hier sieht man eine Skizze, was halt die Hecke alles bewirken kann. Auf einer Seite, hier sieht man eine Kurve für die Taubildung, die ist extrem hoch. Also nur damit man mal weiß, was so ein Bestand an Wasser produzieren kann. Und hier ist die Ertragskurve. Also wir bewegen uns auf unserem Betrieb so abstandsmäßig zwischen diesen zwei Meter und acht Meter. Nach zwölf Meter kommt ja dann die nächste Reihe schon wieder. Und somit sind wir immer am optimalsten in der höchsten Taubildung, im höchsten Ertrag. Und so gesehen sind die zwölf Meter für uns schon geeignet. Wobei man hier sagen kann, die Ertragskurve, wie weit die da noch nach rechts raus geht. Und wir haben immer noch 20 bis 30 Prozent Mehrertrag. Das wollen wir uns auch anschauen in den nächsten Jahren. Wir werden auf jeden Fall noch zwei, drei so Projekte machen. Aber wie gesagt, da werdet ihr heuer noch ganz viel oder heute noch ganz viel hören. Ja, jetzt sind wir schon wieder beim Mulch. Kartoffeln gibt es bei uns an und für sich nur mehr unter Mulchabdeckung. Voriges Jahr haben wir das erste Mal wieder Versuche gemacht, ohne Mulch, dafür aber mit Begleitsaaten. Da gibt es in Österreich ein paar Betriebe, wo wir uns jetzt einfach ein bisschen austauschen und sagen, ja, es muss Lösungen geben für Großbetriebe. Weil die Mulchvariante, die geht bei mir mit ein bis zwei Hektar. Aber wenn du da mal 10, 20 oder mehr Hektar hast, dann bezweifle ich, ob du das Mulch oder so viel Mulch zur Verfügung hast. Und für die müssen wir jetzt andere Ansätze mal austesten. Und das geht eben in Richtung Begleitsaat. Aber wir werden es nach wie vor immer den Großteil mit Mulch machen. Hier seht ihr auch Mulch, Kartoffeln. Da wird teilweise unterschiedliche Materialien aufgebracht. Das ist wirklich so, dass man eine Schicht drüber zieht mit Bokashi, eine Schicht wieder mit frischem Gras, eine Schicht mit Grünschnittrocken. Das ist ganz unterschiedlich. Im Endeffekt sieht es dann eben so aus, dass die Fahrgassen immer reinbleiben. Die Fahrgassen brauchen wir ja sowieso dann auch später für Komposteeausbringung, Heute und dergleichen. Also die schaden nichts, wenn die drin sind. Und da ist halt das Mulchmaterial dann teilweise wirklich auf 10 bis 15 Zentimeter dick aufgelegt. Hier sieht man es, hier sieht noch die Erde raus. Also es geht teilweise bis zu drei, vier Überfahrten. Aber kurz bevor der Kartoffel rauskommt, wird das schon gemacht. Dann sind wir jetzt schon bei den Untersaaten. Hier sieht man die Untersaat. Die steht so zwischen, das ist ein Rocken, Speiserocken. Und dazwischen steht die Untersaat. Das war, so haben wir es früher gemacht, bis vor drei Jahren. So machen wir es jetzt nicht mehr. Erstens haben wir diesen Abstand nicht mehr. Wir haben in der Vergangenheit das Getreide eben auf 30 Zentimeter Strichabstand gesät. Und dann hat dazwischen die Untersaat Zeit gehabt, sich zu etablieren. Das machen wir jetzt nicht mehr, weil wir die Untersaat gleich mit in den Saatschlitz geben, also direkt zum Getreide. Und dann sieht es eben so aus. Und hier ist eben nach dem Mähdrescher, lässt man dann die Untersaat noch ganz leicht anwachsen. Und dann wird sie schon wieder umgefräst. Also hier sieht es aus, als wäre die Untersaat völlig demoliert. So ist es nicht. Also hier wird gerade so schnell drüber gefahren, dass noch ein Teil von der Untersaat an der Wurzel hängt. Und zugleich wird dann die Zwischenfrucht schon eingesät. Und dann kann die Zwischenfrucht auch auflaufen. Und das wächst dann, nach 14 Tagen wächst das miteinander wieder hoch. Dann kommt auch die Untersaat wieder. Und die Zwischenfrucht, das ist so die, ja, die Pflanzengemeinschaft, die man auch über den Sommer braucht. Zwischenfrucht, ja, wenn sie mal so dasteht, ist es schon einen Tick zu spät. Also so sieht bei uns eine Zwischenfrucht schon gar nicht mehr aus. Da komme ich aber dann nochmal zurück, wenn es um Kompostee geht. Da kommen wir jetzt rein in die Kompostee-Geschichte. Ja, wir bauen eben Kompostee-Maschinen von, die kleinste war, glaube ich, zwei Liter. Die größten sind bei 5000 Liter. Die jetzt, wie Sie hier seht, also das sind alles mobile Geräte bis 1900 Liter. Die kann man mit dem Stapler noch schön herumfahren. Also grundsätzlich sind das Maschinen, die eben mobil sind und alles, was mehr als 2000 Liter hat, wird stationär auf den Betrieben aufgebaut. Noch kurz zum Kompost für den Kompostee, das, ihr seht diese eine Seite vorher und die andere Seite nachher. Also wir waren bis vor zwei Jahren mit diesem Kompost unterwegs und meinten, wir sind schon ganz gut unterwegs. Ja, was ist passiert? Wir haben uns nur auf diese Bakterien, die hier sind, konzentriert. Ich nenne mal eine Zahl, hier steht 600 Bakterien und jetzt haben wir 620. Also da ändert sich nicht mehr viel. Also das war tatsächlich so, dass wir hier schon ganz gut waren. Aber was wir nicht beachtet haben, war in der Vergangenheit die Pilze anzuschauen. Hier haben wir 41 gehabt, naja, man weiß ja nicht, wie viel woanders drin sind. Mittlerweile produzieren wir Kompost, da haben wir 500 drin. Dann hat uns diese Zahl ganz verwundert, die Protozonen. Also hier haben wir 25.000 drin gehabt und jetzt haben wir fast eine Million. Also nur damit ihr wisst, an was wir auch nebenbei noch arbeiten. Und das ist ein wahnsinniger Unterschied, dieser Kompost gegenüber dem, wo wir früher gemeint haben, der ist es. Also da gibt es immer noch eine Steigerungsstufe. Und diese Seite jetzt, die wir so wie wir jetzt Kompost produzieren, der ähnelt uns sehr einer Walderde. Also da sind wir schon knapp dran. Also bis auf 90 Prozent haben wir es schon geschafft. Den Rest kriegen wir, glaube ich, nicht mehr hin. Aber das ist auch nicht unser letztes Ziel, sondern wir wollen ordentlichen Kompost rausgeben, damit dann Kompost-Tee auch funktioniert. Das sind so meine Spielzeuge von den Selbstfahrern bis zu den Anhängespritzen. Mittlerweile geht es auch schon in Richtung Drohnenflug. Also da haben wir auch schon einiges auf dem Betrieb gehabt. Ist jetzt für unsere Kultur nicht der erste Punkt, sondern eher so, wenn es Spezialkulturen sind oder Steilflächen sind im Obst-Weinbau oder im Gemüse, wo nur kleine Streifen abgespritzt werden. Dort gibt es dann eben diese Sache. Wenn ihr da noch mehr wissen wollt, einfach melden. Okay, dann Kompost-Tee-Anwendung. In Wahrheit reden wir immer nur über die Hauptkulturen und wie oft müssen wir spritzen. Tatsächlich ist es bei unserem Betrieb mittlerweile so, dass wir in den Hauptkulturen nur mehr im Herbst fahren, wenn es möglich ist, wenn es die Witterung zulässt. Und dann fahren wir wieder ganz viel in den Zwischenfrüchten. Ich erkläre es kurz. Ich habe zuerst schon gesagt, diese Zwischenfrucht, die da steht, ist eigentlich schon viel zu lange. Die steht schon zu lange. Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn Zwischenfrüchte wachsen, dann pumpen die über die Photosyntheseleistung Nährstoffe in den Boden. Und sobald die anfangen zu blühen, ziehen sie die Nährstoffe wieder raus, weil sie es brauchen für die Samenbildung. Und bei uns ist jetzt dato, wir haben jetzt Ende Jänner und es steht bei uns keine einzige Begrünung. Was haben wir gemacht? Wir haben alles in die Begrünungen, haben wir alle September, Oktober alles eingeschält, Flächenrotte gemacht. Und dort haben wir Wintergetreide draufgestellt. Wintergetreide, das wir einerseits brauchen zum Hühnerfutter oder zur Vermarktung. Und den Rest, da haben wir dann nochmal die Hälfte von unseren Flächen, haben wir einfach Roggen gesät. Ob wir den nächstes Jahr brauchen oder nicht, das entscheiden wir im Frühling. Mancher Roggen bleibt eben stehen bis zum Mähdrescher. Mancher Roggen bleibt stehen bis zur Direktsaat, wo er dann gewalzt wird und wo dann hinterher geschlitzt wird. Oder es geht der Bestand im April schon mit der Fräse wieder rein in die Flächenrotte und es wird eine neue Kultur draufgestellt. Also das geht mit Winterharten über den Winter und da ist nichts Abfrostendes mehr dabei. Also Abfrostendes gibt es bei uns nur bis maximal Oktober und dort werden die Begrünungen dann schon wieder alle eingefräst. Das Wasser dynamisieren, das beschäftigt uns jetzt immer mehr, weil wir sehen, bei manchen Betrieben ist das Wasser nicht das Allerbeste. Und das beschäftigt dann auch uns ein bisschen, weil wir dann ja sehen, der Kompostee wirkt nicht. Die EM-Produktion läuft eben viel länger als bei uns zu Hause. Und da haben wir gesehen, sobald wir das Wasser beleben, hier seht ihr ja, wie unser Wirbel da funktioniert. Und hier seht ihr die Obenansicht und das kann man sich dann zunutze machen und dann mal so große Tanks umbauen. Das sind ja alles Weintanks, die werden genauso aufgestellt wie Kompostee-Maschinen, bloß ohne Heizung. Und dort läuft das Wasser dann im schönsten Fall mal vier, fünf Tage oder auch länger. Und dort gibt es dann eben dieses, ich habe es hier hergeschrieben, dieses kohärente Wasser. Also dieser Link führt zum kohärenten Wasser. Da ist ein ganz gutes Video gemacht worden, dass man es auch versteht. Das kann sich dann jeder selber anschauen. Und wir imitieren ja quasi nur dieses kohärente Wasser, wird ja dann nur so nebenbei produziert, damit wir wieder in die richtige Struktur reinkommen. Hier sind wir jetzt bei den Mischkulturen. Am schönsten Fall sind ja diese Tritikale und Erbsengemenge und unten drin ist dann eben die Untersaat noch. Aber man kann ja nicht alles in Mischkultur sehen und darum sind bei uns dann die Streifensaaten entwickelt, nein, ist ein blödes Wort, entstanden. Aber Streifensaaten nicht so, wie ihr das vielleicht kennt, wo 20 Zentimeter Streifen aufgefräst werden. Nein, bei uns wird das regelrecht in drei Meter Streifen angelegt. Hier sieht man, hier ist die Flächenrotte gemacht worden und dann gibt es noch die zweite Überfahrt mit der Fräse. Und der sät, glaube ich, Buchweizen, der Mais, der vordere Kartoffel. Das sind halt Früchte, die man nicht wirklich in Mischkulturen ansehen kann. Darum muss man dann Streifen draus machen. Und das sieht dann eben so aus, dass die Streifen tatsächlich auf drei Meter oder drei Meter zehn angelegt werden. Und dort versprechen wir uns einen ähnlichen Effekt wie bei der Agroforst. Also wirklich ähnlich, aber nie dieser Effekt, der wird es nie werden. Aber wir profitieren hier auch von Randeffekten und so. Und so sieht das halt dann im großen Stil aus. So, jetzt haben wir einen kleinen Schwenk über unseren Betrieb gemacht. Und das ist immer so mein Satz. Den sollte man sich schon zu Herzen nehmen. Also es geht jetzt wirklich nicht darum, alles richtig zu machen. Ihr seht ja, wir haben da die 15 Punkte angepeilt. Und jetzt überlegt mal, wie viel kriegt ihr wirklich auf euren Betrieb geregelt? Es geht ja darum, so wenig Fehler wie möglich zu machen. Und ich hoffe, dass ich da ein bisschen was dazu beigetragen habe, dass ihr ein bisschen mehr nachdenkt in der Zukunft, wenn ihr übers Feld fahrt. Und die Frage ist ja jetzt, wo fangen wir jetzt an oder wo fangt ihr jetzt an? Da gibt es Verbindungen. Das eine hängt vom anderen ab. Und es ist wahnsinnig ein Durcheinander, so wie die Teile auch zeigen. Aber es geht um die Vielfalt. Das fängt hier drinnen im Boden an bei den Wurzeln. Die Vielfalt geht über die Pflanzen, geht über die Nahrungsmittel bis hin, für was wir essen. Also es bringt jetzt nichts, über ein Jahr lang nur Weizen zu essen. Du wirst spätestens nach ein paar Tagen schon krank werden. Also die Vielfalt, von dem versprechen wir uns sehr viel. Und das, glaube ich, zieht sich vom Boden bis zum Letzten, der es ist. Also das, glaube ich, ist auf jeden Fall so. Aber so ein kleiner Anstoß, in welche Richtung es gehen muss, wenn man schon in die regenerative Landwirtschaft einsteigt, das wäre so die Untersaat-Zwischenfrucht. Wischenfrucht, das sind nämlich die Monate oder die Wochen, wo der Boden meistens offen ist. Und dann muss man einfach aufpassen bei der Saatgutablage. Das hängt ein bisschen mit dem System zusammen, Minimalbodenbearbeitung oder Direktsaat oder doch mit dem Pflug. Also der Pflug ist per se nicht schlecht. Er wird einfach nur manchmal falsch eingesetzt. Aber was ich damit sagen will hier, dass der Boden ein ganzes Jahr begründet sein muss. Und so möchte ich dann auch meinen Vortrag jetzt mal schließen. Vielleicht haben wir noch ein bisschen Zeit für Fragen. Okay? Ja, herzlichen Dank, Gerhard. Wir haben sogar reichlich Zeit zu fragen. Jetzt bist du sogar noch schneller gewesen, als wir sagen, es nötig gewesen wäre. Ja, ich habe ja den Chat nicht verfolgt. Nein, aber das ist genau, das machen wir jetzt. Können wir das einfach ein bisschen zusammenfassen. Und dann, glaube ich, hat es mehr Sinn, mehr Fragen zu beantworten. Ja, gut. Nein, das war toll, so die Vielfältigkeit sozusagen schon allein in deinem Betrieb zu sehen, was du da machst. Das ist ja wirklich ein ganz umfassendes, breites Sache. Und insofern waren die Fragen auch in verschiedenen Bereichen umfassend. Und ich gehe jetzt mal in den Chat. Kannst du selber schauen, aber ich kann es auch dir erst mal vorlesen. Vielleicht hilft das weiter. Ja, bitte. Die erste Frage war von Dörte. Gilt die Fäulnisgefahr im Zusammenhang mit dem Anwalts Nesat auch für leichte Böden? Ach, da muss ich rauf. Okay, warte mal. Ich muss mir nur noch den richtigen Bildschirm holen. Und jetzt noch den Chat. Wo war das drin? Ist doch relativ weit. Ist egal. Ich bin nur schon 3 p.m. Das ist direkt unter den Links von der Dropbox, falls du es suchst. Es geht um die Fäulnis. Genau, Fäulnis mit der Anwalzen nach der Saat, sagtest du ja, wenn ich Anwalze, dann ist einfach die Fäulnisgefahr. Und die Frage ist, gilt das jetzt auch für leichte Böden? Wir haben in Norddeutschland teilweise Sandböden. Ist das genau das gleiche Problem dort? Ja, leider. Oder auch Gott sei Dank. Also man kann das eigentlich über alle Böden drüberlegen, weil da nicht der Boden an sich der Verursacher ist, sondern eher so die Pflanzensäfte, die da schlagartig frei werden und die Pflanzenreste, die sind mit Oberboden abgemischt. Und das ist egal, wenn man da oben anwalzt, dann kann es passieren, dass da Fäulnis entsteht. Dafür muss aber hinterher auch Feuchtigkeit da sein. Es kann sein, dass ein schwerer Boden die Feuchtigkeit länger hält, dass die Fäulnis dann eben länger passieren kann als auf einem Sandboden. Das schon, aber es passiert auf Sandböden genauso als auf dem festen Boden. Ich habe in dem Zusammenhang zum Beispiel merke ich, dass natürlich auch die Bodenqualität, die sich dann verändert und verbessert, mit der Zeit wahrscheinlich sozusagen die Fäulnisgefahr verringert. Aber wenn ich jetzt sozusagen umstelle, vorher noch gar keine Erfahrung damit habe, dass dann sozusagen sie eher hoch ist, vermute ich mal, dass das so in dem Kontext. Ja, es ist ja so, dass eigentlich müssten wir zuerst alle darüber reden, wie wir schnell auf 5, 6, 7 Prozent Humus kommen. Aber das wissen wir, das kriegen wir alle miteinander nicht so schnell hin. Ich weiß, es geht, man kann es machen, ist mit sehr viel Aufwand verbunden. Wir haben es gemacht, aber wir reden dann auf einem anderen Niveau und wir produzieren auch auf einem anderen Niveau. Und wir können, bei uns haben wir jetzt zwei Felder rausgenommen, die haben schon 6 Prozent Humus und die kriegen aktuell keine Düngung mehr. Nicht in die Hauptkultur und nicht in die Zwischenfrucht und sonst auch nichts. Aber hier darf man auf keinen Fall nochmal einen Fehler machen. Der rächt sich sofort. Bloß das Niveau mit 6 Prozent Humusgehalt, das ist ein Hammer. Also da zu arbeiten ist völlig anders als mit 2 Prozent. Wir, glaube ich, müssen eher so in diese Richtung gehen, dass wir euch dazu animieren, dass ihr den Boden belebt kriegt. Das wäre der erste Schritt und den kriege ich eben mit ganz Jahresbewuchs und immer wieder an der Oberfläche einarbeiten. Und plötzlich verändert sich der Boden an der Oberfläche schon. Also der feste Boden wird auch krümelig, wo jeder geschrien hat, wir brauchen die Forstgare und die Forstgare braucht keiner. Es gibt nur eine Gare und die kriegst du über Wurzeln hin. Und so gesehen muss man zuerst auf belebten Boden arbeiten und dann kann man nach und nach über Humusaufbau denken. Also teilweise wird immer der Humusaufbau vorne hingestellt und gesagt, ja, wenn ich jetzt ein Prozent aufgebaut habe, habe ich so viel Geld gekriegt. Ja, das war bei uns so. Gott sei Dank, wir haben Geld dafür gekriegt, aber wir haben auch sehr viel Geld reingesteckt. Also es ist gar nicht jeder Euro abgegolten mit diesem CO2-Handel, was wir da eigentlich reingesteckt haben. Aber ich kann auf einem anderen Niveau jetzt arbeiten und ich arbeite teilweise jetzt auf Feldern ohne Dünger. Ist auch was wert. Also wäre schon sinnvoll, irgendwo so schnell wie möglich nach oben zu kommen. Ja, danke. Dazu eine Frage von Stefan. Führt die Nichtrückverdichtung, nicht auch zu erhöhter Oxidation der organischen Substanz? Durchaus nachvollziehbar, dass die Gefahr von Fäulnis gegeben sein könnte, aber durch den Einsatz von Fermenten auch kontrollierbar. Also die Frage ist, verbrennt jetzt organische Substanz durch die Oxidation? Ja, das ist schon so, dass man in der Flächenrotte auch höhere Verluste hat. Aber ich habe auf jeden Fall ein besseres Gefühl, wenn ich mehr ein bisschen was in die Atmosphäre abgebe, bevor ich das anwalze und ich habe dann Fäulnis drin. Weil das rächt sich über das ganze Jahr. Du hast im Frühling meinetwegen Fäulnis produziert. Im schlimmsten Fall ist dir gar nicht aufgefallen, dass du es geproduziert hast. Setz dann deinen Mais rein oder was auch immer. Und hinterher im Juni, Juli fängst du dann schon an, über Pilzkrankheiten zu diskutieren, über Schädlinge, über dies und jenes. Und das müsste ja gar nicht sein, wenn das in der Saatbettvorbereitung schon ordentlich gemacht wird. Dann diskutieren wir hinterher nicht über Schädlinge und Krankheiten. So wäre der richtige Weg. Aber mit einem leichten Verlust müssen wir leider rechnen. Aber bevor ich da irgendwas anwalze und einen groben Fehler mache, mache ich nur das geringere Übel. Gemäß deinem Motto, möglichst wenig Fehler zu machen. Ja, genau. Ja, schön. Nur Kompromisse, aber es ist halt. Ja, aber das ist ja auch wichtig, dass wir einfach klar machen, dass wir an bestimmten Punkten eben Kompromisse eingehen. Aber welche Art? Ja, eine weitere Frage von Dörte. Wie lange kann eine Bokashi-Miete offen bleiben, ohne dass es schimmelt oder foult? Ja. Verschlossen werden wieder. Ja, Bokashi ist eigentlich, theoretisch sagen manche, nach acht Wochen ist es fertig und du kannst es ausbringen. Bei uns ist es so, dass wir immer mindestens ein halbes Jahr liegen lassen. Dann wird das Bokashi auseinandergerissen und aufgeladen. Und wenn der Rest von Bokashi als festes liegen bleibt, dann bleibt nur vorne die Anschnittsfläche offen. Die trocknet einfach aus, wird nicht schimmlig. Du musst einfach das beisammen lassen und die Anschnittsfläche trocknet aus. Und dann kannst du nach Monaten wieder weitermachen. Also da haben wir noch nicht gesehen, dass das rein schimmlig wird. Also da haben wir kein Problem damit. Ja, und dazu auch eine Frage von Lisa Marie, ob die Silage extra für das Bokashi geerntet ist oder ob das nicht verwertbare Silage dafür verwendet ist. Kann man denn auch minderwertiges Material für Bokashi verwenden? Oder holt man sich die Fäulnisbakterien ins System? Wie schafft man es, die über die Fermentationsprozesse wieder zu eliminieren? Ja, also die Fermente, die haben gewaltige Kraft. Wir nehmen keinem Milchbauern Futter weg. Was wir da reinarbeiten, sind eben Landschaftselemente, die jetzt nur einmal im Jahr gemäht werden dürfen. Die sind einfach für die Vieh- oder für die Tiernahrung nicht geeignet. Die kommen dann zu uns. Teilweise machen wir auch, wenn die Zwischenfrucht zu hoch wird und wir wollen in ganz kurzer Zeit einsehen, dann fahren wir die Zwischenfrucht weg und machen eine Flächenrotte und machen am nächsten Tag sofort die Einsaar. Wenn ich das Material dort lassen würde, kann ich das nicht machen, weil der Prozess einfach zwei, drei Wochen braucht dafür. Also da gibt es immer so ein paar Punkte, wann fahre ich es weg und wann lasse ich es da? Und dann kommt bei uns auch ins Bokashi der ganze Hühnermist mit rein, Schafmist, Pferdemist, alles kommt dann mit rein, schichtweise. Aber dort braucht es einfach ein bisschen mehr Fermente, damit das wirklich in die richtige Richtung geht. Und wenn du den Bokashi-Haufen nach einem halben Jahr zerlegst, du kannst mir nicht sagen, was das für eine Schicht war. War das jetzt Gras oder Hühnermist oder Schafmist? Du wirst es nicht erkennen. Vielleicht mit dem Auge noch, aber von der Nase her auf keinen Fall. Das heißt, du hast auch Landschaftspflege-Material, also Landschaftswiesenschnitt drin, die dann auch später gemäht wurden. Erst im Sommer ist ja oft dann der Fall. Teilweise haben wir da am 15. September Datum drauf. Und früher dürfen wir es nicht mähen. Aber dann muss es gemäht und abtransportiert werden. Die Auflage haben die. Und die Kompostieranlage beschwert sich immer, wenn in kurzer Zeit sehr viel ankommt. Und die gehen gar nicht auf den Kompostplatz, sondern gehen direkt zu unserem Bokashi-Haufen. Dann eine Frage von auch Dieter mit viel Erfahrung in Mulchen. Wie sieht dein Verhältnis Geber-Nehmer-Fläche bei Mulch in den Kartoffeln aus? Die Geberflächen ist ungefähr dreimal so groß als... Ah, die Nehmer-Fläche ist dreimal so groß. Also wir mähen im Grund Juni, glaube ich, ist meistens unser Datum, wo wir mulchen. Also dort machen wir dann schon drei Hektar Wiese für ein Hektar Kartoffel. Das hängt aber auch mit dem Bewuchs zusammen. Also das sind Naturschutzflächen, die haben ja nicht mastiges Wachstum, sondern das sind so Magerwiesen. Wenn ich Grünschnittrocken nehmen würde, nehmen wir sehr selten, aber da würden wahrscheinlich eineinhalb Hektar reichen für ein Hektar Kartoffeln. Ah ja, okay, das ist ein Unterschied. Ja, du hattest eine Untersuchung vorher, nachher mit Bakterien, Pilzen und so weiter. Was für eine Untersuchung war das, fragt Misa Marie. Urs Mauck ist bestimmt ein Begriff hier. Ja. Ja, genau. Der hat mit einem, ich denke, dass es ein Brasilianer ist, ein Labor gegründet und die machen da so Untersuchungen. Ich hoffe, dass die ganzen Kompostproben dann irgendwann aus Europa, zumindest mal sehr viele da hinkommen, dass man es vergleichen kann. Weil die Kompostproben, die wir in Österreich gemacht haben, ja, die sagen nichts aus. Da geht es um Schwermetalle und sonstiges. Was da noch alles drin ist, das haben wir ja sowieso nicht drin. Aber in diesem, für diesen Kompost, für die Kompost-D-Maschinen, da sind andere Werte. Und darum haben wir das jetzt getestet auf Pilze, Protozonen und so weiter. Ja. Ah ja, genau. Vielleicht kann Steff ja den Link und kann ihn in den Chat stellen. Genau. Bitte. So, dann Fragen, zwei Fragen dazu, inwieweit die Mikroorganismen, die jetzt im Kompost sind, in Boshokashi, in den Flüssigferment, nach der Ausbringung auch überlegen. Gibt es da so Untersuchungen, wo klar ist, zu sagen, okay, wir haben halt eine Überlebensrate von 20 oder 50 Prozent oder je nachdem, wie man es macht. Sind die da, ist das Untersuchungen bekannt? Ja, die sind gerade gemacht worden. Also, es sind noch keine offiziellen Zahlen. Wir haben hier in Österreich ein Kreiselprojekt, heißt das. Und dort werden Warenströme analysiert. Das heißt, hier wird geschaut, wie viel Bokashi wird aufgesetzt bei mir, was sind die Inhaltsstoffe von dem Gras, von dem Mist. Dann wird geschaut, wie viel ist in dieser Miete dann verloren gegangen. Also, bei Bokashi geht nichts verloren. Und dann wird geschaut beim Ausbringen, wie viel geht dann verloren. Und dann, wie viel kommt tatsächlich dann bei der Pflanze an. Das Projekt läuft noch. Die Zahlen werden frühestens in ein bis zwei Jahren öffentlich werden. Aber das ist sehr spannend. Da wird nämlich auch Kompostierung gegenübergestellt. Und die Kompostierung hat am Anfang mehr Verlust in der Kompostherstellung. Aber das Bokashi hat hinterher mehr Verlust, wenn ich es ausbringe. Also, schauen wir mal, was da rauskommt. Und ich bin halt der Meinung, wenn man Kompost streut, dann habe ich die Bakterien, den fertigen Kompost, den fertigen Humus hingebracht. Wenn ich Bokashi streue, dann ist ja das nur einmal ein bisschen konserviert, ein bisschen vorverdaut. Und das Bodenleben muss sich dann darum kümmern, dass es zu Humus wird. Und davon halte ich viel mehr, dass das Bodenleben mehr angeregt wird durch das Bokashi, als wenn ich fertigen Kompost rausstreue. Das wird jetzt, also da habe ich leider noch keine Zahlen. Das wird auch noch eine Weile dauern, aber da kommt was. In dem Zusammenhang oder ähnlich fragte der Hermann Pennwieser, inwieweit es eine Messung zur Lachgasentwicklung unter der Flächenrotte gibt. Ich glaube, dass das schon mal gemacht worden ist. Da habe ich keine Zahlen. Ich bin mir bewusst, dass hier auch sehr viel Gase abdriften, aber eben auch, weil wir hohe Mengen an organischer Masse einarbeiten und vor allem viel Pflanzensäfte in kurzer Zeit schlagartig frei werden. Darum ist es auch sehr wichtig, nicht den Mulcher drüber zu schicken und dann warten für zwei, drei Tage, sondern wirklich mulchen und sofort mit Erde abmischen. Dort haben wir auf jeden Fall weniger Verluste, als wenn ich das einfach nur mulche und dann die Sonne das meiste weg trocknet. Ja, es gibt im Chat übrigens, wir werden mal keine weiteren Fragen mehr nehmen können, jetzt einfach aus Zeitgründen, aber das, was übrig ist, das könnt ihr dann eben in das veröffentlichte Dokument im Kryptopad schreiben und dann kann Gerhard vielleicht später noch was beantworten. Ich greife jetzt nochmal sozusagen zwei, drei Sachen raus. Das eine ist Kompost mit viel Produktion und Pilzen. Was genau wurde verändert? Der Kompostprozess. Also wir haben keine Heißrote mehr. Die klassische MC-Kompostierung ist ja, du kennst sie ja von Lübcke und von allen, das ist die Kompostierung schlechthin. So muss das bei uns in Österreich gemacht werden. In Österreich, in Deutschland nicht tatsächlich. Ich lese noch keinen Standard. Okay, aber wir haben das tatsächlich so in drinnen stehen, wir müssen so kompostieren und das ist auch gerechtfertigt für die Kompostieranlagen, weil dort wird ja auch Biotonne und alles verarbeitet und da braucht es das Ganze. Wenn wir aber bei unserem Kompost jetzt, wir haben ja gar nichts anderes drin als strauchiges Material, darum ja auch die Agroforst. Das steht rein nur für die Kompostproduktion, für den Komposttee. Und da haben wir 100% holziges Material und das wird dann auf eine Miete geschoben, aber nicht auf eine Spitzmiete, sondern auf eine Trapezmiete. Und dann wird oben eine leichte Senke gemacht und dort wird sehr hoch eingeschleimt. Das heißt, wir fahren das mit 65 bis 75% Feuchtigkeit. Also kurz bevor es ausläuft. Und das drückt dann die Temperatur sehr weit nach unten. Also wir haben tatsächlich keine Heißrotte und wir lassen diesen Kompost dann auf 40 Grad, maximal 45 Grad, ein Dreivierteljahr liegen. Dann gehen die ersten Beprobungen schon ins Labor. Der wird einmal um die eigene Achse gedreht, wird wieder genauso aufgesetzt und wird geschaut, ob die Feuchtigkeit noch passt. Und dann wird nochmals mindestens ein halbes Jahr, Dreivierteljahr, wird der nochmal nachgelagert. Und dann wird er wieder ins Labor geschickt. Und die zwei, drei Besten werden rausgezogen, werden miteinander vermischt. Und das wird dann dieser Kompost, wo ihr das Ergebnis gesehen habt. Ich muss mal einfach dazu sagen, ich bin total beeindruckt von eurer Kompostkultur in Österreich und ein absoluter Fan, weil leider sozusagen ist das in der Breite in Deutschland überhaupt noch nicht angekommen. Das, was eben bei euch die letzten 30, 40 Jahre quasi erarbeitet wurde. Und da können wir so viel von mitnehmen. Diese differenzierte, genaue Herangehensweise, wenn ich mir anschaue, wie hier kompostiert wird, Hauptsache es ist hinterher schwarz. Schwarz, oh ja. Deswegen finde ich toll, dass du sozusagen da auch nochmal so in solche Details eingehst. Und ich denke, da müssen wir auch tatsächlich nochmal genauer hinschauen, was wir hier in Deutschland von Mitlehrten lernen können. Ja, es gibt noch einige ganz spannende Fragen, aber da ist die Zeit jetzt tatsächlich recht knapp. Die geht dann sonst beim nächsten Referenten an. Ich würde dich bitten, wir werden schauen, dass die Fragen alle in diesem Pad sozusagen landen, dass du dir nochmal die Zeit nimmst später irgendwie zwischendurch und die beantwortest für die Leute. Denn Humus-Niveau, Erhöhung von Drahtwürmern, Kartoffelanbau, das sind alles Fragen, die ich auch spannend finde. Leider, oder glücklicherweise sind so viele Fragen da, das heißt also, da ist dein Vortrag auf großes Interesse gestoßen. Ich sage erst mal danke für die Einladung. Wir bedanken uns auf jeden Fall für dich. Und genau. Bis zum nächsten Mal.